Artikel 14 Recht auf Asyl Jeder hat das Recht in anderen Ländern Schutz vor Verfolgung zu suchen und zu bekommen. Das Asylrecht kann nicht in Anspruch genommen werden, wenn jemand wegen eines nicht politischen Verbrechens verfolgt wird oder gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstößt. So, dieser Artikel ist die Grundlage für unser Asylrecht. Ein weiterer Grund liegt in unserer Vergangenheit mit der leidvollen Erfahrung, dass Millionen Menschen in der NS-Zeit hätten gerettet werden können, wenn sie aus Deutschland hätten ausreisen dürfen und in ein anderes Land Asyl hätten suchen dürfen. War aber nicht so, sie wurden umgebracht von Hitler, weil das Ausreiseverbot bestand. Bis dahin noch viel Spaß und Tschüss bis zum Artikel 15.